hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder auf die jahr nach dem ticket und heute ist das spiel idle heroes in dem weg ich habe es mir gerade schon runtergeladen ich hatte wieder probleme mit dem mikrofon deswegen habe ich es diesmal rechtzeitig gemerkt dass die abführung starten und und können ja ok Ok, bitte sagen Sie mir Ihren Namen. Oh. Weiter. Mhm, 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 mhm. Kommt mir da auch noch einer. Mhm, mhm. Das sieht so ähnlich aus wie, äh, AFK-Arena, ne? Und jetzt, Rucksack öffnen. Beschwerung. Ok. Altar. Okay, mhm. Mhm, mhm. Ja, super. Wow. AFK-Arena muss ich auch mal wieder weiter spielen. Habe ich auch nichts mehr gemacht. Okay. Das Spiel fand ich eigentlich ganz gut. AFK-Arena. Beschwerung, 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 Beschwerung. So. Und jetzt darf ich es selber machen. Ok. Dann schauen wir mal. Hier, Level 4. Ich kann mir mein Profil aussuchen. Ich bin nicht der alte Grießkram. Nein. Nein, das mag ich auch nicht. Ah. Ja, war so. Da einige Filme es war, aber so ein Helm ist auch mal ganz nice. Falkenkind, aber war auch ein Falkenkind. Gut, gut. Der Punkt ist abgearbeitet. Da ist ein Punkt. Nein. Ach. Ne. 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 Die sind Level 100, ja? Ich glaube, dass wir ihn nicht schaffen. Geschenkgutschein. Kastenlos. Kastenlos ist doch gut. Halloween. Und was kommt da? Filter. Ich habe keine Bonbons. Ich habe nicht einen einzigen Bonbon. Das wird das. Ach komm. Leopika. Das ist ein Puzzle. Schmieden geht nicht. So, jetzt haben wir erstmal alle Leute. Okay, nach links und nach rechts schieben. Schauen wir mal in den Laden nach. Ich habe so eine ganz böse Vermutung gerade, dass wir das Spiel wieder falsch installiert haben. Und dass ich gleich nochmal 10 Minuten spielen muss. Ich glaube, 10 Minuten sind jetzt vorbei, oder? Ach ne. Doch, da. Ach, zerlegen. Nein. Nicht zerlegen. Äh, der Laden war so. Das war der Altar. Okay, 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 okay. Schauen wir mal schnell wie alles durch. Beschwören. Ich habe leider keine Knochen. Schücherpfeifen. Oder was sind das? Schücherpfeifen. Ach. Das sind Pergamente. Eines sind. Level Up. Und da. Ich habe noch einen süßen kleinen Geist. Beute. Es gibt keine Beute. Kämpfen. Da. Hinterereihe. Vordererei. Okay. Okay. Ok. Monster? Hm. Oh, schnell ein Kampf hier, ne? Hm. Das heißt bei... Kampagne, ne? Ja, genau. Kampagne. Schmied. Und hier sind... Ok. So, haben wir jetzt noch einen. Autokampf. Dauоки, making m yaş happier. Pfh, pfh! Pfh... Pfh. Pfex. Pfh. Ah ok, warte mal, wichtig ist erstmal vorne, die Defense. Auch wenn die nicht so stark sind. Ah, ich hätte auch automatisch ausrüsten können. Na gut. Ah, dann haben wir das, 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 das. Die Karte da kurz reinschauen. Also vielleicht das erste Level, was ich mache und das geht dann hier mal weiter. Dann bis nach Alltraum, Hölle, Tod und Irre. Aber ich denke mal, das wird ein bisschen dauern. So, das war's dann für heute. Ich werde mich jetzt hier einmal kurz ausloggen. Zack, mein Ticket holen. Und ja, dann bin ich fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch bei mir nicht so weit seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.